Nachdem wir in der letzten RAV-Folge eine riesige Insel erkundet haben, erwartet uns heute eine ganz böse Überraschung. Wie wir darauf reagiert haben, seht ihr jetzt. Viel Spaß! Wir haben keine Blanken dafür. Hier, Loch. Ja, da ein Loch. Wo ein Loch? Da. Ich habe insgesplieft. Oh Gott. Halt den Bock auf den großen Fisch gleich. Das Problem ist, wenn der Hai ein was davon kaputt macht, war es das mit dem Anker. Ey, Jungs, wisst ihr, das ist so geil. Das hier ist einfach Felix-Bereich mit seinem Grill. Und das hier ist unser. Ich habe Mangosam, 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 Mangosam. Ich hole gerade Metall, ich hole gerade Metall. Hast du die Mangosam aufgesammelt, Eli? Nein. Da ist noch eine Insel. Jungs, da ist noch eine große Insel. Da ist die Fisch. Da fahren wir gerade hin. Oh Gott, ist die groß. Holy. Da sind zwei Inseln. Die sind, glaube ich, eine große. Oh fuck, Wildschwein ist hier oben. Okay, Anker ist unten. Verpiss nicht mehr. Verpiss dich. Nein, Jungs, ihr müsst mir for real helfen. Hier ist ein Wildschwein. Der ist wieder gedodged. Ich habe die Kiste. Ah, die Insel kann ich sogar. Ich habe voll viel Glas, Junge. Ich habe unter Wasser eine Kiste gefunden und da war ein Metallspeer drin. Ich kann mich verteidigen. Jungs, der macht übel Damage, der Wichser. Ähm, mich hat ein Kugelfisch vergiftet. Ich sterbe gerade am Gift. Ähm, ich versuche zum Rev zu schwimmen. Ähm, äh, Mann, ich sterbe gerade. Nein, das ist der Hai. Äh, hinter dir. Äh, hier, ich bin gleich bei der Insel. Ich habe den Breel. Ich natze das Schwein jetzt, der Gang. Ja, ja, mach mal. Aber stimmt nicht. Der Breel. Guck mal, hier kommt ein Schwachmord. Ich bin wieder da. Niemand ist so oft schon gestorben wie ich in diesem Spiel. Ich bin, wie viele Hits hält man aus? Vier oder drei? Vier. Vier oder fünf, meine ich. Diese Angaben sind nur ohne. Oh! Haltet die Taste zum Aufnehmen gedrückt. Jungs, ich trage das Wildschwein gleich her. Ja, du bist ein Motherfucker. Na, war mein, ich habe es komplett weggelootet. Da ist irgendwo noch ein, ähm, ein Steinbock. Da, da. Den natze ich. Den natze ich, Digga. Ich habe vergessen, dass man sprinten kann. Ich natze den so weg jetzt. Oh, komm her. Komm her, Bambi. Jetzt, 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 jetzt. Zack! Oh, nice. Ich kann es nicht looten, musst du machen. Ich habe keinen Platz überhaupt. Ich kann es nicht looten. Wie? Was? Hä? Hä, haben wir das jetzt umsonst gekillt? Ich habe es ja umsonst getötet, Benno. Alter, es ist tilten. Es sind gerade 20 Minuten dem hinterher gelaufen. Aber echt. Jungs, ich habe etwas viel besseres als den Haikopf gefunden. Wofür braucht man Tonschalen, Jungs? Ich liebe es. Für Suppe. Nein. Okay, guckt mal, guckt mal. Wo? Boah, war ich gleich gegeiert. Da unten ist Dingens genau, Benner hat es schon gesehen. Ja, ich habe meine Taucherflap... Der Hai ist da auch übrigens. Ja, wir können doch einfach einen Hai Köder machen, okay? Wenn wir das Zeug dazu hast... Das können wir machen, wenn wir wissen, dass da übel viele... Der hat mir einfach einen Double-Hit gegeben, ich bin tot. Boah. Ja, am Anfang der Insel. Ich wurde auch von einem Hai gehittet, als ich was angefallen bin. Aua. Der Typ hat mir zwei Hits auf einmal gegeben, hä? Also wenn der Hai sieht, wo ich hinschwimme, dann sind wir komplett fucked. Er kommt dann, da ist ein Hai... Der Hai ist bei mir... Ich bin tot. Fuck. Er hat mir einen Double-Hit gegeben, ich bin... Hä, der hat dir auch zwei auf einmal gegeben? Ja, hat er. Okay. Jungs, das sind zwei Haie. Ja, ich dachte mir schon, ich habe nämlich zwei Hits bekommen. Ja, Jungs, ich glaube, das war's mit mir, ja. Ich bin jetzt mitten im Wasser, hinter der Insel. Da ist schon wieder ein Hai über mir, was wollen die von mir, man? Die wollen eine Leiche shenten. Ja, aber echt. Ich weiß nicht, wo Bender ist. Ey, Jungs, 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 Jungs. Ey, Jungs, Jungs, Jungs. Ey, Jungs, Jungs, Jungs. Pass auf. Every time you kill a shark in hard mode, there is a chance to have multiple sharks spawning. I believe up to three can exist any given time. Wo ist Bender? Ich sehe Bender nicht im Dunkeln. Ich habe keine Ahnung, Bro. Junge, es wird mir schon vor, es wird mir vor... Wer hat mich? Irgendwer hat mich. Der Hai hat dich. Genau, der Hai hat mich. Der Dicke Hai hat ihn, Junge. Der Dicke Hai hat ihn, Junge. Oh, Junge. Sie ist tot. Sie ist tot, Alter. One-Hit. Ich habe auch schon einige getötet, gerade. Hast du Federn bekommen? Ja, habe ich schon erforscht. Ich brauche Essen, ich kann nicht mehr sprinten. Ja, geil, Junge, die Hähnchen, Alter. Richtig wild. Wir haben Chicken Wings, Alter. Junge, das sieht so geil aus. Junge, das bringt richtig viel. Holy. Da ist eine Insel, da ist eine fette Insel. Oh, ja. Kann ich die beim Fernrohr jetzt besser sehen? Oh, Pimelblättern. Ne, ich kann die genauso gut sehen wie sonst auch. Ich sehe die sogar aus dem Augenwinkel besser als mit dem Fernrohr. Oh mein Gott, bin's geil, Alter. Holy, die ist groß. Geil, nur das Fernrohr hilft einfach gar nicht. Das zoomt ein bisschen hin und mehr nicht. Ich sehe nicht mehr. Ich sehe genauso viel, bloß ein bisschen näher. Da fliegt was. Ich habe so viele Details von einem Baum gesehen auf so einer Entfernung. Ich kann richtig schön ins Nest reingucken, weil ich möchte von euch in die Augen gucken. Wie dumm das aussieht. Jungs, das ist so eine fette Insel. Holy fuck. Die ist zwar nicht so groß wie die Giga-Insel, aber die ist auch sick. Okay, Jungs. Ich würde sagen, scouten wir mal die Insel, oder? Das ist aber halt zu zweit rumlaufen, oder? Das ist der Insel. Wir können eigentlich alle hin, weil dann greifen. Hast du Anker gelegt? Ja, ne? Ja. Nee. Ich, ich, ich. Okay. Okay. Okay, kommen wir ins. Steine oder Kacke, Alter. Wait, was ist das da hinten? Das ist ein riesengroßes Tier. Ich möchte wissen, was das ist. Ich komme, ich komme, ne? Irgendwo am Strand läuft das entlang. Was war das? Ich habe es komplett... Wildschwein, Wildschwein. Oh, Wildschwein. Okay, komm. Bro, ich habe... Ich habe eine Holzspe... Ich habe eine Holzspe... Jetzt kannst du dich umdrehen. Jungs, ich habe eine Schraubbüll. Was soll ich damit jetzt machen? Mein Holzspeich ist fast kaputt. Da muss ich mit dem Bogen droppen. Mein Holzspeich ist kaputt. Holy. Da wird einen reingesteckt in sein Awash. Noch einen. Schönes Ding. Ich hätte gern... Ich bin fast tot. Ich nehme, ich nehme, ich nehme, was ich nehmen kann. Hast du... Ähm, ich muss ganz direkt weg. Oder was essen. Ich esse die scheiß Bären, Digga. Drogenbären. Er ist hier denn was, oder was? Der Vogel. Der Vogel hat mich abgeworfen. Mit Scheiße. Achso, ja, okay. Jaja, ich bin fast tot. Du musst mich gleich aufheben. Vince, ich glaube, das hat keinen Sinn. Nein, nein, gib mir mal die Schaufel. Vince, ich glaube, das hat keinen Sinn, oder? Folge ihr die einfach. Vince, der... Der Keck ist über dir. Der Keck wirft einen Stein auf dich. Er wurde gesteinigt. Ich verstehe ihn genauso wenig wie der Vogel mich. Wenn man gräbt. Oh, hier ist... Edi, hier ist ein... Ey, Vince, hier ist ein... Was ist das denn, Digga? Das ist... Was bist du denn? Vince, komm mal zurück da. Ja, siehst du's? Ja, ja, ich weiß auch. Was ist das? Ich weiß nicht, sollen wir versuchen, den zu fighten? Ja, komm. Hab ihn einmal. Ich möchte meine Pfeile nicht ins Wasser schießen. Ich muss dann irgendwie safe hitten. Oh, was ein Shot, Junge. Okay, warte. Den Snipe... Oh, ne, ne. Du kannst die Pfeiler ab... Du kannst die Pfeiler... Ja, 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 ja. Ja, aber ich möchte ihn nicht ins Wasser schießen. Der soll nur turnen, Digga. Ich knall den. Achtung, warte. Ja, 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 komm. Kommt wieder um. Achtung. Zack. Schön. Ja, der muss gleich raus sein. Am Ende können wir den wieder nicht looten. Ich seh's doch kommen, man. Irgendwo geht er hin? Ach, danke. Nein, der Brief fällt. Ist nicht lootbar. Nein, ernsthaft? Vielleicht wenigstens meine Pfeile nehmen. Ja. Nein, ist nicht lootbar. Alter. Warum jagen wir eigentlich immer so ein Viecher, dass wir die dann nicht looten können? Einen Pfeiler habe ich verloren. Jungs, wir können alle schlafen. Ne, warte. Können wir nicht. Kannst du zählen, Digga? Warum liegen da zwei näher aneinander? Da sind unsere. Auch unsere beiden? Ja. Geil. Da sind eigentlich die ganzen Kartoffeln hin. Nein, da kommt der andere auch noch. Der andere Hai. Der Hai ist tot. Der andere, der andere, der andere. Yandere, yandere. Nice. Jetzt kommt ein vierter Hai. Es können, es können bis zu drei kommen. Also jetzt, jetzt ist der Gamble, ne? Jetzt heißt's, ähm... Komm, zwei oder bleibt zwei ein. Jetzt, weil wir die Hai umgebracht haben. Ja, los geht's. Wir können uns alle hinlegen. Warte, Eli und meins. Du liegst in mein Bett. Danke. Hä, wer fehlt? Oh, Junge. Wie geil, Junge. Wir skippen einfach eine Nacht. Hä? Ich hab voll viele Essen und Trinken für mich. Das ist ja Scam, Alter. okay. No... Auchig. Okay. Ich hab viele Leute dabei.